Und Willkommen bei GameMod Schon wieder Ich muss das machen Und wir haben wieder ne neue Horrormap Diesmal haben wir wenigstens nichts zum lesen Beziehungsweise Wir haben was aber man kann es nicht lesen Aber es ist ne Horrormap So viel weiß ich Das sind die Regeln Ich würd sagen Wir laufen einfach mal rein Warte warte da ist ein Knopf Erstmal den Knopf drücken Vielleicht macht der Knopf was Was hab ich getan Ach hier müssen wir überhaupt runter Ach wir haben das Gatter da Aufgemacht Ein Error Super Wenn ich ein Error hab dann heißt es was Ich hab normalerweise alles was man haben kann Ja heisst ja auch als Error Ja machen wir mal weiter vielleicht ist es der einzige Ja alter Ok es fängt mit Wild gewordenen Einkaufswägen an Ja ja Und ein Trocken Ich hab wieder ein Freundchen mitnehmen kann Ja ne alter Aua Komm ich irgendwas mitnehmen Ich hab eine vergammelte Milch Ich hab einen Schlüssel gefunden Ehrlich? Versehentlich ja Jetzt hab ich ihn Hast du ihn? Ja du hast ihn Ja ich hab ihn Nehmen wir ihn mal mit Hier nichts Ja guck mal ich hab Also er hat doch schon das Essen jetzt Das ist Geil Ja geil Huch Ok Dafür ist er nicht Ich wollte grad sagen wo bist du denn? Ok mach mal wieder Schade Wo ist er denn? Ach man hör auf die 360s zu machen Dafür ist er nicht Dafür ist er auch nicht Ok Hey Geh mal hier rein Hier ist er auch nicht Ey Tür Ey du musst doch mal gucken ob die Türen aufgehen und nicht mit den Yo Hast du mich grad den Nein das war der Schlüssel What the fuck Alter Dafür ist er auch nicht Haben wir hier irgendwas? Ich hab grad was ausgeschaltet Boah dieser steht man nicht auf Stühlen Das ist unhöflich Diese hochqualitativen Regale Ja Ich kann ihn nicht mehr aufheben Jetzt Ok Der geht hier scheinbar nicht Dann Warte Der muss hier irgendwo gehen Gut Ich glaube nicht Vielleicht da unten irgendwo Wahrscheinlich dann ja Tür geht nicht auf Hm woher könnte der noch sein? Lol das Gatter ist offen Welches Gatter? Das große Tor Hier wo wir vorhin waren Hier Das hab ich aber nicht mit dem Schlüssel gemacht Das war während Ach das hast du wahrscheinlich irgendwie aufgemacht vorhin Ja mit diesem Schalter glaube ich da ja Hm Hier ist ganz viel Zeug Alter Boah Das ist ein Tor Alter Ja ich komm nicht weiter Ich Boah ey Uh was ist denn gemacht? Hä? Da war ein Knopf Und den hab ich gedrückt Jungs Jungs Diese kotigen Kisten Alter So erstmal die Schlüssel wiederholen Die nicht krieg Ich frag mich ob der Schlüssel überhaupt irgendwas zu bedeuten hat Oder ob das einfach nur Deko ist in Wahrheit Ich hab ne Granate aufgehoben Das war echt Ja Ich will auch irgendwas Waffiges haben Waffelhaftes Ist das noch irgendwas? Okay Oh da ist ein Sind die nicht... Ich wollt grad sagen sind die nicht freundlich? Er hat dich nicht getötet Das war der Raum Wieso hab ich auf einmal ne Crowbar? Nevermind Er hat mich getötet Und dich auch Wieso haben wir jetzt... Hast du das gehört? Aaaaaah Motherfuck war das? Ich glaub so muss man die Map auch spielen Bist du dir da sicher? Nein bin ich mir nicht Schau mal was es jetzt noch so in diesem Raum gibt Auch wenn dieses... Auch wenn dieses merkwürdige Wege Unterfuck bei mir ruckelt es grad wieder wie sonstwas Ja bei mir ruckelt Oh Wissen du Ich will wieder zu dir Da ist ne Leiche die mich besprungen hat Wo denn? Da in dem Container war ne Leiche Die ist mich... Die hat mich anbegattet Anbegattet Anbegattet? Ja Okay die Tür ist noch zu Hier ist auch nichts Hier da unten Ah lo Ein Doppelgatter Oh ich hab meinen Timer gar nicht gestartet Egal Doppelgatter 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 Alter Hast du das auch gesehen? Das war hässlich auf jeden Fall Boah das war so richtig ekeliges Bild Alter WTF Das war hässlich Das war hässlich Äh Hässlich.png Oder jpng Png war es glaube ich Ja ich hab keine Ahnung Alter Ich bin grad voll eingepisst Alter Da fuhren sich ein Error glaube ich Ja Ja Da ist ne Leiche Ja ich glaub das soll irgendeine Leiche sein da Oh nein Wir gehen da mal Okay Ja was war jetzt noch mal mit dem mit dem Supermarkt Weißt du das fiel wenn im Supermarkt die Sorte Milf Fort mit Milf abgekürzt wird Milf Blutorange Milf Waldmeister Scheiße Huch Oh lol die kann man aufmachen Das ist Next Gen Technologie alter Oh mein Gott Beutel Du weißt was wir hier drin zu tun haben Oh wenn wir diese Dinger hier gleich hinfetzen ne dann ist Das ist schlecht das ist schlecht das ist sehr schlecht Die kann man nicht kaputt machen Nein Das ist wieder wie damals Ja wie damals In dieser Cafeteria wo uns die Tische befallen haben Ja ey das gibts nicht ey Oh mein Gott hey wie gehts dir Okay Ja Das war halt so tolle Zeitverschwendung ey Ne Ich wollt ihn nur begrüßen Was ist denn hier Siehst du das hier Das ist ne Patrone Die irgendeinem Heli Die wird erstmal husten Gehts weiter ja Na wo du suchst Das ist mit sichern nicht der Dilde Nur, Spaß Ok Hamada 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 Ok Kaamada Ok wir gehen dann mal Daher ist Nicht erfreut mit unserem besuch Oh wo bist du Ja reingegangen Ja weis nicht Ich drehe mich zu dir oben Oh, ne. Hey, Borde? Iiii, Alter! Was war das denn grad für ein Sound? Da hat wortwörtlich jemand einen Ziegelstein geschissen. Boah, Alter, du hast da so diesen Soundgeld, wo du das Siegel rausgezogen hast? Ja. Okay, wartet. Wir testen, ob da jemand drin sitzt. Wow, bin ich schlecht am Werfen. Ne. Ich hatte nur jemand ein paar Probleme. Man kann doch auch durchbrücken. Ja, ich weiß, aber... Okay, ein weißer Lüftungsschacht. Dadadadadun, dadadadadun. Oh Gott. Oh, da, 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 ich komme hier nicht rein. Ich bin drin. Eigentlich bist du jetzt Mr. T, Mr. T, Boyd. Ja, ich bin Mr. T, Boyd. Oh Gott. Da springe ich nicht rein. Nee, aber man kommt da hoch. Oboi, ein Healthpack. für was denn ich nehme doch auch mit das ist einer von was könnten wir vielleicht gebrauchen ich habe so keine ahnung ich habe das gefühl dass wir hier den schlüssel hätten gebrauchen können ich hatte gerade einen flashback wo bist du bist du wo bist du ich bin noch in dem raum dann klettert dein auto runter in diese grube dieses mechanikerloch da keine ahnung wie man das nennt ja bin ich echt bist du da drin ja ich bin da drin als ich da reingehen wurde ich gerade irgendwo hin teleportiert scheiße soll ich es schnell machen oder willst du zu mir fliegen ich kann nicht fliegen nicht ich schon doch ich kann fliegen ok ja wo bist denn du ähm es ist ein kreuz auf jeden Fall auf der ja über mir ist auch was ähm ja das ist jetzt so ne sache wie du mich finden kannst äh ohne die ganze map zu verwagen ich sehe auch nichts ne ja wo wo wie sieht denn dein room aus ich bin nicht wirklich in dem raum ich bin in einem in einer kreuzung genau in der mitte einer kreuzung ja mach das einfach mal ok ich geh einfach mal einen der gänge entlang und ich warte hier und mach nen kaffee weil wir müssen wahrscheinlich hier hin weil hier ein Schloss ist ja natürlichens wäre ich jetzt nicht hier hin teleportiert oh ok ich wurde wieder teleportiert ach ja da hab ich sie gerade gesehen die kreuzung bist du da naja jetzt bin ich nicht mehr in der kreuzung ja ok warte mal ich weiß wo die kreuzung ist da war noch Errohr aus oh Beutel da läuft was auf mich zu oh mein Gott ahhh wo bist du jetzt hallo 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 wo bist du ja wo bist du beim Auto wieder oh Gott ich bin gerade hier runter gedüst Leute ich wollte dich gerade erschrecken halt ich dachte du wärst immer noch irgendwo äh fuck wo muss ich lang scheiße ja warte Gott ich schläg mal kurz zu den Dings zurück man best map aber jetzt kann ich einen helft crit gebrauchen ah ja ich bin jetzt hier hallo aber jetzt ich habe in dem Gang nichts bekommen oder so ja ich wurde nur von einer weißen Origami Figur verfolgt dann 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 gehen wir zurück oder ist ja was unterm Tisch hat das etwas mit diesem Akku auf sich ja keine Ahnung alter ja wir kommen hoch jetzt müsste man hier das tun können eigentlich ja wir müssen wahrscheinlich die Schlüssel finden okay dann machen wir ein bisschen Backtracking alter da oben bin ich runtergekommen grad achso lol ich wollte gerade kann man deinen Arsch versuchen sorry okay ich glaube wir brauchen echt den Schlüssel da der da in diesem Ding wo ist denn der jetzt eigentlich da ist das Monster uns bei dir getötet hat da habe ich es fallen lassen und er hat es wirklich äh hier war eine Schrotflinte wirklich? ja ich weiß es nicht ich weiß es nicht dann gehen wir mal zurück und gucken mal wo wir den Schlüssel finden uch ruckelparty grad wieder alter so es ist schlimm uch ja warte das geht gleich wieder weg das war ja äh das war ja vorhin auch so also das ging auch weg wo ich dich gesehen habe okay spring vom Tisch aus du musst rein springen okay oh man das sind ganz komische Lagesen so warte uch Trap 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 ja warte auf mich schaffst dus irgendwie nicht alter warte ich wollte schon zu dir Kung Fu Panda Muka 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 nachmachen Kung Fu Fighting du 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 warst noch gar nicht langgegangen eigentlich ich kann es nicht lang da ist ein loch und da fällst du sehr weit ich bin wieder beim auto die schrotze ist weg ja fuck wo sollen wir hin die andere richtung ich dachte nur da wäre vielleicht irgendwas interessantes aber da war nur eine falle hat auf mir machst du diese gerüche erstens ich hoffe dass er wieder nähen ich sehe nichts die hier okay ja dann dann gehen wir zurück zum monster zum nächsten nachdem aus doch gelesen diese vier die war noch einstieg ich habe es nicht irgendwo lang kommt eigentlich schon friedlich ja da wird das immer alles zugespürenter habe ich ganz nachgegeben so bist du jetzt hochgeschoben die 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 tipptie... kann ich auch sehr weiter mit dem erdbuch es wird mlg mit dem ersten versuch habe ich einfach ge... mlg dangerous der rms an nicht nach links gehen auf jeden fall sondern naja der ihr heißt du bist tot – Ja! – Na warte – – Los, Baudel, erzähl ein Schwank aus seiner Kindheit. – Ein Schwank? Alter, was ist das denn? – Schwank? Alter. Ja, ich bin damals ... – der ... – Rapper der Klasse gewesen. – MCT, Leute. Junge! Da guck dir das an, Alter. Dumm, dumm, dumm! Das ist der... Ich geh durch den... Das ist der Underground Beat. Von Aperture Science. Was? Junge! Ich wusste nicht. Das ist der... Durch die Liftungsschacht-G-Simulator. Ich hab nur gesagt von Aperture Science, weil der auf deinem Shirt Aperture steht. Oh, sorry, ja. Das steht auf deiner Kniescheibe Blut. Ja, ich... Jetzt müssen wir strategisch vorgehen. Das Viech macht One-Heads. Diese scheiß ganzen Dinger hier, die im Weg sind. Geh das mal aus dem Weg. Einfach mal nach hinten, einmal nach hinten. So, halt. So, mal ganz kurz... Warte, warte, checken. Okay, dann klicken wir mit dem Knopf. Weil in diesem Raum ist bereits das Viech reingegangen gerade vorhin noch. Aber es ist weg scheinbar. So wie es aussieht. Warte, hier war vorhin eine Granate. Vielleicht hätten wir den töten müssen. Oh ja, die ist weg, die ist mit mir gestorben. Also, die Granate ist mit... Ach, hier ist der Schlüssel. Kann man nochmal... Hast du den Schlüssel? Mal versuchen reinzugehen. Ich weiß nicht. Probier's. Ich hab dich... Oh, geil, ne Pistol. Und hier ist die Crowbar gewesen. Wow. Ich hab Munition aufgesammelt, aber keine Waffe. Warte. Ja, ich hab wieder Waffen. Warte mal kurz. Oh. Oh. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Aha, aber wir müssen da rein. Oh. Jetzt ist das Gatter wieder zu. Ja. 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 Okay, gut. Ich dachte schon, jetzt geht's nicht mehr auf. Nö. Es ist doch so. Nö. Kommst du lieber rein? Und jetzt geh hier durch den ultimativ langen Lüftungsschacht. Den kann man jetzt nicht mehr aufmachen, Beutel. Ach ja, guck mal. Hier hängt der noch. Hä? Okay. Das ist ein anderer. Achso, das ist ein anderer. Okay. Kriegen wir das? Ja. Das geht nicht auf. Ja, scheiße. Warte kurz. Oh, Beutel. Der Schlüssel geht für das Ding hier. Mein Gott, ist das dein Ernst? Nimm den Schlüssel trotzdem noch mit. Aber jetzt habe ich den Buffer. Ja, Beutel. Geh mal. Komm, komm mal her. Was ist denn du? Hinter dir. Hier. Links. Wo? Warte. Geh da vorne zum Gatter, ich mach's wieder auf. Okay. Okay. Wenn das dann überhaupt wieder geht. Oder geht die Tür jetzt hier auf? Nein. Ich warte. Dieser scheiß Stuhl. Ich warte. Das sieht schlecht aus. Ja, das geht nicht mehr auf. Oh, Wilma. Ja. Ich habe Licht angemacht. Ja. Fliegen mal hin. Ja, hier nimm den Schlüssel. Ja, mit dem Schlüssel kann man nicht fliegen, Jut. Ja, ne. Ich hätte gesagt, ja okay, dann flieg du mal durch mal das Tor auf. Ich glaube, wir haben die Map einfach total zerstört. Oh ja, das ist auch eine Möglichkeit. Du fliegst durch, ich mach das Tor von der anderen Seite auf und ich komm von der anderen Seite auf. Plot für das Tor von der anderen Seite der Map ist auch kein Knopf, um das aufzumachen, leider. Es hat schon wieder nicht reingekommen. Ach, das hier meinst du? Ja, genau das. Ich habe ihn fallen lassen. Ich hatte einen Job und ich habe ihn versagt. Ja, ich weiß nicht. Junge. Okay, okay, okay. Machen wir es so, machen wir es so. Beute. Ja, holst du pick up the key, ne? Da ist man sich bei der Wand, wo der Schlüssel nicht durch kann. Ja, ich weiß nicht. Wir werden den Schlüssel wirklich nicht mehr brauchen. Wir sind unnötigerweise wieder zurückgegangen. Wo ist denn die Schrote her? Die waren im Tresor, den ich mit dem scheiß Schlüssel aufgemacht habe. Ja, komm, fliegen wir doch. Fliegen wir wieder. Ja, da, 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 da. Wo geht's lang? Ähm, hier waren wir. Ich bin jetzt bei dem Raum mit den Bänken, ja. Genau, hier geht's weiter. Und dann, hier noch nicht. Hier ist die Barrikade, hier sind die Toiletten. Da kommt man noch nicht rein. Da auch nicht. Hier rum durch. Hier rum durch, genau. So, hier waren wir. Oh, Junge, wir waren unnötigerweise wieder irgendwo am Arsch der Welt. Wir müssen irgendwas machen. Da. Hä? Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Einfach mal mit allen dreien versuchen. Hast du was gemacht, ne? Ich hab das Ding auch vor oben. ähm ja sieht richtig aus ich habe keine ahnung soll ich irgendwas mit der batterie hier machen sollen wir die vielleicht irgendwie zurück tracken und irgendwo hinbringen ich weiß es nicht ist eine autobatterie ja das sieht irgendwie sehr verdächtig aus das zell finde ich ja das zell das habe ich schon öfter in spielen als so ein key element gesehen deswegen dachte ich das würde was bedeuten aber hast du geflogen ich bin jetzt hier wo könnte ich die einsetzen ich weiß es nicht da waren wir schon drinnen aber mein ich dachte schon ich hätte jetzt ein unglaubliches mysterium alter ich verstehe es nicht wir müssen überall gegen dinge sind in der autobatterie gegen die türen ja keine ahnung das ist ein maniak maniak oh nooo da war auch nichts denn ist auch nichts duuut äh äh die sommer noch mal zurück ich gucke hier weiter vor allem hat den Platz es ist passiert ich glaube ich bin er für die geringe geflogen Alter steckt die Türkei auf was oder ne was ist das hier wo bin ich so bist du wo bist du reingeflogen ich weiß es nicht wo bist du ich bin doch am anfang da bei den bei den stühlen ich habe mir gerade den zent gepinkelt ich auch Alter wo sind die stühle warte hier Alter hab ich mich gerade angepisst Alter jetzt sind wir wieder hier wieso bist du plötzlich wieder hier gewesen ich bin die ganze zeit schon hier gewesen ach so Alter okay dann warte ich glaube der stein ist ein key element hier weißt du naja hm alter das war gerade hart der tobak alter ich habe keine ahnung ich habe gerade irgendwo eine crowbar rum liegen gefunden na ja hier lag bei mir eine crowbar rum aber ich habe hier auch gelootet und fliegt die nochmal rum sonst pinke ich mir gleich nochmal ins face ein ich bin aber schon mal rum ins face vor allem Alter hier ist der anfang ja du ich habe null ahnung wie es weiter geht warte mal hä woher hast du eigentlich die Autobatterie die lag beim Auto irgendwo hast du schon mal versucht vorne in den Motor rein zu packen habe ich ehrlich ja versuch es gerne nochmal aber bei mir hat es nichts gebracht ah hier ist das hier wabbel 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 vernichtigt ah hier gehts lang da da ist ahja genau hä 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 mä mich sei wer ihr verwirrt me servants ich auch jetzt bin ich wieder da hu w здоров cie überall irgendwo Was ist das denn hier, was ist das denn, boah ich hab keine Ahnung. Wollen wir einfach durchdingsen? Ja, mach mal. Hi. Ich glaub das ist das Ende der Map. Warst du hier grade? Nein, ich weiß nicht wo ich war. Ich hab den Scare gesehen und bin direkt wieder zurück geflogen. Trap, 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 trap. Kann ich die Dinger hier kaputt machen? Oh, hier ist ein Lüftungsschiff. Hier ist Munition. Da unten ist ne Weapon. Hol's du sie dir. Ich hab's noch. Gott, ich hab' ein Typ. Oh ja geil. Oh ja geil. Ich glaub das werde ich hier noch ein bisschen zusammenschneiden, sodass man die langweiligen Parts nichts tut. Ich hab' diese Musik kommt mir sehr bekannt vor. Hier ist ein Key. Nochmal. Hinten ist live. Nochmal. Ulias Leben dahinten. Da ist Muni drinne. Ja klar. Oh, ich glaube. Before I speak, hello help me, I stuck somewhere. Eh, where you at? That's underground tunnel, it's in the middle of the industries. Oh no. Geil. I said you have going on. Can you hear me? Kommst du? Ich muss wieder zurück. Okay. Ich kenn die Musik. Ich auch irgendwo. Oh. Overkill streaming incoming. Super Payday. Danke für die Info. Pfff. Da oben beobachtet uns niemand Beutel. Ja ich hab's gesehen. Jetzt ist er weg. Hätte er sein können. Hier ist nix. Scheinbar. Ähm. Diese Map ist weird. Hm. Geh mal hier lang. Oh Gott, hier geht's auch... Oh Gott, hier geht's auch... Oh Gott, hier geht's auch voll lang. Schmeinzer! A few... Oh shit, was heißt das? Was? Heißt du nicht die Musik? Ja. Das bedeutet doch irgendwas. Oder auch nicht. In G-Mod kannst du dir sicher sein, wenn der Musik startet, ist irgendwas getriggert worden. Ja. Hier ist etwas. Was? Are you fucking kidding me, boy? Du weißt, was da hinkommt? Was? Die Autobatterie! Ich kenn dieses Ding. Das sieht genauso aus wie in Half-Life 2, wo man diese Autobatterie reinstecken muss. Mein Gott. What the fuck? Erhol sie mal schnell. Ich kann sie nicht durch Wände bringen, Alter. Hier ist ein Code, den ich nicht kenn. Oh, Munition. Und unsichtbare Wände. Und Leben. Ähm... Ja. Die Map ist irgendwie gar nicht so gut. Nee, die ist voll doof. Jetzt sind wir ein Stück weiter gekommen und dann... Und dann ist direkt wieder alles scheiße. Ach fuck. Aber das kann man ja auch machen, gut. Ach man, das war grad echt doof mit dem Ding. Mit... was? Mit der Map? Nee, mit... nein, mit der Autobatterie. Schon. Ich fahr nochmal ne Crober, what the fuck? Äh... Äh... Leibog... Und... Und so weiter. Äh... Wo bin ich hier? Ich kenn den Text nicht. Hier sind wieder ein paar Errors an der Tür. Wie... Nicht ausgeht. Was auch sonst? Äh... Ist ja klar, dass es wieder durch Schlüsse in deinem Kopf steckt, ne? Also mal kurz, jetzt versuch ich mal was. Ich bin jetzt mal ganz dreist, die Errors. Das passiert nichts, schade. Muss ich schlüsseln? Das war eine bessere Idee. Bitte. Oh! Oh ja, machen wir uns einfach unseren eigenen Weg. Wenn die Map es nicht anders will... Wo ist denn die Autobatterie? Wir können euch ewig danach suchen, keine Ahnung. Ach nein. Wo ist die Autobatterie? Die liegt hier direkt neben der Luke, Alter! Ehrlich? Hä, what the fuck? Die hab ich nicht gesehen. Wir nehmen den Key noch, wir nehmen den Key. Und haben... Was für'n Lied... Keine Ahnung, was da geredet wird. Was da geredet wird? Was hast du für ein Lied für Stimmen? Ach, ich hab keine Ahnung. Ja, die wackeligen Schlüsselstimmen, die immer im Kopf die ganze Zeit rumspringen. Alter! Die wackelarmen Werbe... Fuck, ich kenn's... Die wackelarmen Werbe... Wackelarmen... 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 Junge, du kannst das Wort nicht fünfmal sagen! Doch! Wackelarmen! Wackelarmen! Funktionier! Ich wusste, es ist... Es funktioniert. Jaaaa! Komm, 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 komm! Ja, ich wackele hier lang. Ja, und? Jetzt hab ich das Licht angemacht. Die deprimiert mich, die Map. Ich auch! Da ist die Map mit... ähm... Die Tür mit... Oh, fuck. Ein Code. Wollen wir einfach durch! 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 Danke, Fadey, dass du schon wieder einen Zwochen gibst! Oh, nein! Wirst du oben? Nein, ich nehm dir! Weißt du, die Map... Die kann mich grad richtig anheben! Mich auch! Oh, mein Gott! Okay! Haha! Junge! Okay! Die Map, die war nicht so der... 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 der beste vom... vom Ei! Ja, der muss auch sagen, dass wir die Sachen brauchen! Was sind wir denn jetzt? Ist die Map irgendwie endlos oder so? Oh, hier ist neben! Das ist jetzt wie so, dass online sterben wie hier ist es, dann sterben wir nicht! Ja, wir sind schon so oft gestorben, oh, hier ist ne Schaufel! Ich bin auch innerlich schon froh! Ich glaub, die brauchen wir auch noch fürs Endgame! Oh, Alter, schon wieder! Ey, jetzt hab ich den unten gelassen, ey! Boah, ich bin mir sicher, es gibt hier in... in diesem Raum Einschlüsse! Ne, ich hol den jetzt einfach! Okay! Ich bin so richtig geizig! Aua! Nee, die Tür geht nicht mehr auf! Alter! Ich raste gleich aus, ey! Ich raste... Da komm! Swoo! Warte, lab, was du! Die Tür geht nicht mehr auf! Die ging noch nie auf! Wir haben... wir sind durchgeflogen! Ja, stimmt, Alter, ja! Alter! Wie du da grad aus dem Boden rausgeflogen kamst! Das hat was zu geil aus, ey! Ich hab die Tür entfernt, Alter! Jetzt kannst du durchgehen! Jetzt hol dir den Schlüssel, Alter! Junge! Hier ist noch einer, irgendwo! Oh, wieso kann man die Kiste nicht zerstören? Ich heule! Ich zieh Platz, wo ist der Aero erst der Schlüssel! Hey, das wär so lächerlich, ne? Ja, wo hast du den liegen lassen, hier? Okay! Ja, die Sache ist, wir können ja diese Maps nicht vorher spielen, weil sonst der Flayer raus ist! Bitte! Aus dem Map! Dankeschön! Da war ein Haufen Shotguns drin! Ich hab sie alle aufgesammelt! Das geht immer noch nicht auf! Ach, da oben müssen wir hin! Da oben, glaub ich, müssen wir hin! Um ist Lüftungsschach! Okay, dann stapeln wir uns mal da hoch! Ja! Alter! Hier, find ich! Junge! Alter! Alter! Au! Ich, ich leider! Alter, als ob das funktioniert, ey! Kannst mich doch nicht von... Er macht erst mal den Twister, ey! Ich... Ich brauch noch ne Kiste! Ah! Hält mir leid! Ich... Oh! Boah, ey! Ich hasse es, ey! Junge! Schiebst du doch nicht wieder weg! Hier, nimm... Gibt's doch noch ne Kiste! Genau, liegt da drauf! Da kommt man da nicht! Ach, ich bin drinnen! Ich bin drinnen! Ah! Alter! Alter! Okay! 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 Jetzt geh weiter! Ge weiter, Alter! Ja, komm rein! Jetzt musst du mal vorgehen! Nein! Okay! Au! Ich bin fast hohn, Alter! Ach, stimmt doch! Wollen wir mal anmachen, dass wir uns nicht gegenseitig töten! Was ist denn? Das war ich! Ich hab mein Leben gespawnt! An deinem Bein! Komm, Zack! Du musst durch! Wenn ich springe, dann musst du unten durchgehen! Geht nicht! Jetzt geht's! Aber wo lang geh ich? Ich geh da lang! Dankeschön! Au! Ich hab mir gerade das Geld! Ey! Du kannst auf diese Aufnahme sehen, dass ich auf den Boden geschlagen hab! Und nicht in dich rein, ey! Gut, dass das die Map mir ein Leben gibt! So, weiter hier! Oh, Junge! Leben! Alles für mich! Äh, hier sind auch noch Schubladen, ne? Oh, da war ein Pistolen-Money drin! Haben wir überhaupt schon mal Muni gebraucht? Ah, nicht wirklich! Ja! Das Monster hat uns getötet! Jetzt können wir's vielleicht gebrauchen! Oh, Shit! Oh, hier gibt's auch rein! Hä? Wo? Eine Vase! Die unkaputtbar ist! Oh, hey! Jetzt können wir's gebrauchen! Oh mein Gott! Pau, Pau! Pau, Pau! Pau, Pau! Ich bin fast Head-Crap! Ja, okay! Ja! Endlich mal ein bisschen Action! Ey, jetzt hab ich keine Muni mehr! Seriously? Dabei! Also, für meine... Dings, meine... Dingster-Boomster! Okay! Okay! Da waren wir jetzt drin! Da sind wir hergekommen! Dann gehen wir hier weiter! Ja! Jetzt räumen wir hier mal auf, Alter! Oh, Alter! Wackel, wackel, wackel! Was ist da? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich weiß es nicht! Alter! Oh, ja! Hm, was kann hier sein? Das... Oh, das ist der Pistel! Bleib am Boden! Das ist der Moni, ey! Okay! Ich nehm den Stuhl mit! Huch! Wo ist denn das denn gelaufen? Dann geht er raus! Yeah! Durch die Metalltür! Oh, Junge! Er hat Screenshots gemacht, als er die Map gemacht hat! Ja, man kann ihn aber stalken, Alter! Er verwendet Ofro und er hat irgendwas von Minecraft in seiner Task-Leiste, Alter! Da ist TNT! Ich glaub's ja nicht! Was ist das hier?! Ich raste bald aus, ey! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich raste hier gleich aus! Du Arsch doch, ey! Du Arsch doch, ey! Du Arsch doch, ey! Ich dachte, wenn das Auto leuchtet, gehen wir da mal hin! Okay! Im Auto ist ein Zombie! Und es stinkt! Du stinkst! Alter! Boah! Ich hab mich grad voll erschrocken! Ja, ey! Okay, das war's jetzt mit dem Part, ey! Oder der war richtig scheiße, ey! Okay! Ja, ich werd so ziemlich ne Viertelstunde rausschneiden, ne! Ja! Also den Anfang lass ich drin, der Anfang war noch ganz gut eigentlich! Dann kam der langweilige Part und den schmeiß ich raus und dann die Ballerei, die war gut! Ja! Ja, ich werd den gesamten Part zeigen, also! Ja! Okay, kann ich eigentlich auch machen! Ja! Hier steht's auf einmal! Guck mal hier! Ich kann's da mit den Stinkbellen dahinter! Ja, Junge! Schöne! Aua! Das ist eine gute Idee! Spüle! Hier steht was von 5000 HP Beutel! Was? Ja! Es ist... Over 5000! Nicht! Aua! Oh fuck! Das wurde neben mir! Warte kurz, warte kurz! Aua! Okay, das war's mit dem Part! Hahaha! Hahahaha! 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 Okay, das war's mit dem Part jetzt am März! Ja, das war's! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao, ciao!